Hm. Gleich, vielleicht aber nicht. Äh, das ist ja der Gambler. Was ist mit dir? Der Antiquitar. Das ist der mit den Büchern, ne? Genau. Dann haben wir hier den... Der uns bittet hier seine Quest zu machen. Halt, warte, der hatte auch... Oh, der hatte... Der hatte... Der hatte was zum Handel. Hier, ansprechen. Ähm, was hat er denn? Tulpen. Gänseblümchen, Feuerstein. Eucharistien. Nicht das, was ich suche. Gänseblümchen, drücken. Feuerstein, Eucharistien. Ne. Tatsächlich nicht. Schade. Ein Bauer. Nein. Nein. Was ist mit dir? Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Es ist alles eins. Es ist hier wohl so... Danke für das Ges... Feier. Äh, nein. Wir trinken jetzt nix. Ich hab erstmal genug vom... vom Trinken hier. Menschen rund an der Leere. Nein. 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 Wir haben auch alle nix. Niemand darf für sie mal betreten. Ja, das hab ich auch gemerkt. Ach, was für schreckliche... Die hat nix. Was ist hier denn nur die Faustschläge? Hier gibt's nix mit... mit... den ganzen... Ja, dann werden wir halt erstmal... Nebenquests machen. Wir kommen im Moment nicht drum rum. Wir haben unser Geld verspielt und alles. Das ist nicht wahr. Ähm, nee. Das war verkehrt. Höhle unter dem Mauer. Da müssen wir hin. Für die eine Quest zumindest. Darum einfach mal im Windeseile dahin rennen und fertig ist die Kiste. Komm, aufmachen. Geht doch. Äh, welcher Weg ist kürzer? Der normale Weg. Halt, nein. Der normale Weg. So rum. Nee. Oder ist das hier weiße Mütter? Oder ist das Gänseblümchen im Büschen? Wobei Gänseblümchen ja nicht im Büschen wachsen. So viel weiß ich gerade noch. Hm. Eine einsame Hütte. Komische Rund. Auch nicht so das Gewahre, was ich hier suche. Ah, hier ist Udos Haus. Ist das nicht hier Udo, der Gastgeber? Ah, nee. Das ist der. Wer da? Ich bin ein Hexer. Ein Monstertöter. Warum mein Haus bewaffnet heimsuchen? Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Beruhigt euch. Ich will euch nichts antun. Ich muss euch nur ein paar Fragen stellen. Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Geralt. Jetzt kennt ihr meinen Namen. Trinkt etwas, Meister Gerwald. Ich hasse Spione und jedermann weiß, dass Spione nicht trinken. Na dann, Prost. Na dann, äh, okay. Also sind wir jetzt wieder besoffen, ja? Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Ja. Den Geistlichen? In Fortsträuner. In Fortsträuner. In Fortsträuner. Ich wusste jetzt nicht, was ich jetzt genau antworten sollte. Ich meine, das andere war Verstehe und das andere, was haben wir eigentlich hier für ein Symbol? Ah, okay. Und, äh, deswegen, ich war verwirrt. Dezent. Ganz dezent verwirrt. Also, so ganz voran kommen wir jetzt hier seit einer guten Stunde nicht wirklich. Außer, dass wir jetzt hier alles entdeckt haben und so. Aber, das sagt uns ja jetzt nicht, wieso, wieso, warum und so. Was ist mit dir hier? Lern mich das Töten. Okay, soll ich dich töten? Ja, dann halt nicht. Laufen wir einfach weiter. Durch die wunderschönen Weiten von Vizima. Oder Vizima oder was auch immer. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir an die 200 Ohrens rankommen. Hm. Vor allem, es wundert mich, dass ich diese 300 Ohrens da nicht bekomme von dem, äh, Geistlichen. Als ich hier seine Quest beendet habe. Und da hat er gesagt, ja, ja, schon gut, hier hast du, ne? Und nix habe ich, nix, einfach mal nix zu mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Vielleicht auch beides. Man weiß ja nicht. Ist ein Weg. Unwürdigen Kreaturen, genannt Menschen. Was ist extraordinär, hä? Rettet uns vor der Bestie. Ja, ich bin doch schon dabei. Wir sind schon wieder mit Kot verschmiert. Ja, mit Kot verschmiert. Ist ja toll. So, und die Höhle ist da hinten. Muss ich nur irgendwie da hinkommen? Da sind nur wieder irgendwelche komischen Wachen. Komm ich hier denn irgendwie runter? Ja, ich komme hier runter. Okay. Gut. Ja, da sind wir fast da, wo wir hin sollen. Sehr schön. Ich habe mir schon gedacht, dass er hier diese Höhle auch darstellen soll. Auch keine Pflanze, die ich haben will, soll, was auch immer. Was auch immer in dieser Höhle haust. Freundlich ist es bestimmt nicht. Abwarten. Ist bestimmt ganz nett. Wo wir hier so einen Skelett vor dem Eingang hinnehmen. Ja, also wirklich. So. Dann schauen wir mal. Eigentlich mal hier ein bisschen Action und so. Was bist denn du? Oh. Lass das mal. Ist nicht nett. Wow. Soundfehler hier in Massen. Was ist denn da los mit dem Sound? Ich habe keine Ahnung. Los, greif ihn an. Da muss ich mal ganz kurz gucken hier. Nicht, dass hier mein Headset zu laut ist. Ne. Wenn ich das Headset leise, dann hier ist das selbe in grün. So. Irgendwas da mit dem Sound ist nicht so ganz okay. Mal aufsammeln hier. Was haben wir denn hier? Spuren. Dann muss ich hier mal wieder so einen Schreibe-Trank trinken. Weil, ne? Und so. Ey, ich möchte den jetzt trinken. So, jetzt. Okay. So, hier auch mal gucken, was ist hier dabei. Nehmen wir mit. Muss ich mal ganz kurz hier, äh, Vitalität regenerieren. Sonst kann ich hier nicht wirklich viel weiter gehen, weil ich dann eventuell ausgenommen werde. Das muss ja nun auch nicht sein, ne? Darum abwarten und Kakao trinken. Dauert ja nicht so lange. Wir sind ja fast voll. So ein bisschen. Bisschen fast voll. Was sagt die Kakao übrigens hier zur Höhle? Nicht so viel. Außer das hier... Ist das hier Ausgang? Oder ist das Eingang? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist... Ausgang-Eingang. Ausgang-Eingang ist zur Not immer die beste Möglichkeit. Genau, hier kamen wir ja her. Hier haben wir ein Skullet. Das liegt ja ein bisschen tot rum. Hier auch. Das ist Ausgang. Okay, tatsächlich. Ja, habe ich dich doch gehört hier. Und Soundfehler hier sind echt extrem. Jetzt mach's tot. Ja, ne, es geht hier so nicht. Ne, ne, weg hier. Weg. Weg, 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 weg. Zu viel Schaden. Wir haben nicht gespeichert. Und wir können auch nicht im Kampf speichern. Verdammt. Ah, okay. Dann aber jetzt mal speichern. Einfach nur Sicherheitshalme. Aber ins leere Fach. Speichern. Passt. So. Und dann... Dann, 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 dann. Diese Viecher sind echt heftig. Brauchen. Was brauchen wir? Wir müssen ja da irgendwie weiterkommen. Frage ist halt nur, wie. Ich printe jetzt hier die Monster-Respont. Und ich muss mal ganz kurz gucken hier. Option. Sound-Option. Sieglautstärke. Aha, aha, aha. Sound deaktivieren könnte ich wissen. Sonst ist hier eigentlich alles okay eingestellt. Hm. Muss ich nicht verstehen, ne? Und Monster sind natürlich gespawn. Natürlich. Wieso denn auch nicht? Jetzt mach ich mehr. Was lohnt? So viel hält er auch gar nicht mehr aus. Ja, der nächste oder was? So, mal Grafikfehler WTF. Grafikfehler WTF beschreibt es wahrscheinlich am besten. Was weiß ich immer, dass wir komische pflanzliche Viecher sind. Sie machen extrem viel Schaden. So. Ist down. Put that for an, sie down. So. Hat auch wieder Spruchen dabei. Ist ja nett. Und was drauf da? Drauf da. Nicht ausweichen hier. Von Ausweichen her habe ich nichts gesagt. Stimmliche Pflanze. So. Und das fliegt gar nicht ein. Nur ganz dezent. So, die ist auch da und sehr schön. So, hat auch Spuren dabei. Auch wenn es keine Ohren sind. Aber besser als nichts. So, jetzt kommt hier bestimmt nochmal eine Pflanze. Die hatten wir doch eben schon gesehen. So, trauf da. Keine Chance lassen hier. Da hinten ist gleich die nächste. Ach, okay. Also mal kein Sound. Es tut mir echt leid, dass das passiert hier. Aber ich habe darauf keinen Einfluss. Greif an. Greif nochmal an. So, nochmal. Und das fertig. Ich habe nicht so gemerkt, dass ihr seid hier. Was? Wo? Ach, da. In der Dunkelheit. Man sieht es hier auch gar nicht. Wieso denn auch? Nee, das geht gar nicht. Hier ist schon Sound her. So, macht es fertig. Geht doch. Stufe aufgestiegen. Yay! Meditations-Moduswechsel, um Talente zu verteilen. Wir gehen jetzt aber gar keine Talente verteilen. Ich will wissen, wo es hier weiter geht. Muss doch hier irgendwo durchgehen. Hier hinten hätten wir einen Weg. Eventuell. Da ist so ein Viech gespawnt. Man sieht nichts. Toll die Scheißhöhle hier. Muss man ja wirklich sagen. So. Wahrscheinlich auch wieder Spuren dabei, ne? Die ich nicht aufsammeln kann. Jetzt kann ich... Dauert immer so ein bisschen, bis ich das aufsammeln kann hier. Nervig. Sind die Überreste weg? Und wie komme ich jetzt da durch? Gar nicht. Wohl. Wie kann ich jetzt hier diese Macht nochmal verwenden? Warte mal. Möchte ich mal kurz gucken hier in Option. Einstellung. Ich habe das hier schon wieder vergessen. Steuerung. Äh. Stahlverscheidung. Stahlverscheidung. Art. Ah, okay. Achso, ne. Das ist nicht, wie ich das einsetzen kann. Äh. Steuerung. Düm, düm, düm. Nächster Zeichen. Vorheriges Zeichen. Das zeigt mir nicht, wie ich das einsetzen kann. Glaube ich. Oder ich sehe es gerade einfach nicht. Was ist das? Was ist das? Wegstecken ist Tab. Auch gut zu wissen. Hm. Ich sehe jetzt hier nicht, wie ich diese Zeichen einsetzen kann. Hm. Bedauerlich. Äußerst bedauerlich. Muss ich jetzt hier wieder... Nicht so? Nee. C. C. Y. Ähm. Q. Q. Q ist das? R. Ist es auch nicht T? Z. Was ist das? Was ist das? Ach du Kacke. Was habe ich hier jetzt geöffnet? Ist das ein Talentmenü? Oder was soll das sein? Okay. Das kann ich wahrscheinlich auch erst machen, wenn ich jetzt hier... Ähm... ...im Meditationsmenü bin. Okay. Ähm... ...nein. Nicht. Ich würde jetzt gerne hier einfach die Steine hier wegmachen oder sowas. Ähm... Letters ist das. Ein Sohneszeichen auszuwählen. Aha. Aha. Und. Vielen Dank.